Ich spiele als... Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich spiele als... Ich spiele als... Ne, ich spiele als Charlie spielen. Uff, was ist das denn? Gemeinsame Story. Genau. Ich weiß nicht, was du machen musst. Ich bin bereit und du musst dir ein anderes spielen. Oh ja, ich bin ein fucking Glück. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. So. Ich bin ja gespannt, ob du dich mal erschreckst in dem Spiel. Na, mal gucken. Ich hab mich des Öfteren erschreckt. Das waren auch garstige Jumpscares, ey. Bei der Krankenschwester wahrscheinlich. Ne, ich hatte gar keine Krankenschwester. Bei mir war gar keine. Ich hab mir auch nicht alles angeguckt, weil ich dann... Angst hatte, weil der NPC sonst wo rumgerannt ist und ich stand die ganze Zeit alleine. So. Ist ja jetzt eh erstmal der Prolog. Man of Madan. Man of Madan. Boah, ich dachte, da kommt jetzt Maria. Ich bin mal gespannt, wie das mit dem Multiplayer-Funk. Ob du gleichzeitig wie ich rumläufst, ob du teilweise nur siehst. was ich mache oder ich denke mal es ist so dass du deinen abschnitt hast sieht ganz so aus als hätte charlie heute noch so einiges vor ich bin gerade an der maschine und du bist gerade bei dem wahrsager ja also siehst du was ganz anders als ich hast du eine frage an die dinge das wird aus meiner misst jetzt muss ich ein stein aussuchen den drafenstein oder du machst das schon ich kämpf hier mit dieser komischen maschine das war kack hey zerbricht mich nicht okay kumpel doch mal ein glück mit uns aber ich versuche auch den hauli lukas vielen glück hast du vielleicht noch ein quarter dabei was bin ich denn das war ganz schön geld hier okay alterchen was erwartet mich denn so ist das für ein stufe 3 ich frage den typen ob du mir das geld zurück ich weiche aus das nennst du kämpfen ich zeig dir die maschine ich habe mich auch voll unterbrochen wir müssen echt wieder zurück ich habe überhaupt nicht so meinst du rausbekommen mit drachenstein oder bombusten nicht mit der augensteine meinte dann die blume wächst scheiße das ist aber lustig im single player zum beispiel kriegst du manche sachen die in anderer charakter entscheidet gar nicht so mit warum ist sein wer weiß Was ist das mit? Radioaktiv Ach irgendwas von den Amis Super suspicious Hey Mann Hey wo sind Wo sind meine 50 Cent? Genau, wir sind meine 50 Cent, Alter Welche 50 Cent? Hey, komm schon, Mann Hey, zieh ab, Kumpel Schubst mich nicht rum Warum krieg ich eine? So weit ich das beurteilen kann Sind diese Männer einfach absolut stutzbetrunken Er kommt auf die Krankenstation Schmeißt den anderen ins Loch Und lasst ihn da Toll, ich komm ins Loch und du kannst zählen Toll Du hast du nämlich nicht gerecht Er ist gerecht, ey Ich hab den schlagen gesehen Ey, der hätte mich auch schlagen können Ich hätte kein Problem mit gehabt Oh wow Er kommt super raus Das ist nicht gut Gift Gift Und das Gift Bringt die Toten wieder zum Leben Oh, du spielst jetzt dein Typ, ne? Ich mein Oh, ist das lustig Ich bin auf der Krankenstation Das macht gerade aus Vietnam Flashbacks Oh Gott Oh Gott Blood Red Kitty ist Charlie Jaja, das ist ja cool Das sind Sachen, die hab ich noch gar nicht gesehen Hey Das heißt, wir müssen uns finden, oder? Warum machst du das zu oft? Oh, ich bin verschlossen Ich bin nicht an, ja Nein An Papa, komm bald zurück Aha Hätte ich Parasiten in die Welt geschaffen, wüsste ich das Hier ist Blut an der Wand, ich weiß nicht, ob ich das gut finde Oh, ne Leichen Na erstmal nur Blut, hier liegt noch nicht rum Und voll die Zettel liegen hier rum Nimm mal die 50 Cent auf jeden Fall mit und gib ihm die zurück Ja echt, ey, gib mir mal mein Geld zurück Oh mein Gott Ich habe eigentlich gleiche Hier sind safe Warum sind safe? Was ist denn mit dir passiert, Doktor? Ich will nicht den Zettel anfassen Ich will nicht den Zettel anfassen Ja, gibt es hier noch was Neues Achso, hier gibt's nix mehr Das ist ja blöd, wo ist das Ding zu? Weißt du, ich komm ja nicht raus, ich muss jetzt auf die Spann Das ist blöd Ja, dann kannst du ja untersuchen und was Nee, ist ja nicht, ich hab schon alles angeguckt Ja, und das Papierchen? Ich hab mir schon die Papierchen angeguckt Oder bist du? Ich glaub hier bist du Ich glaub hier bist du Charlie, wie läuft dein Urlaub? Oh, hol mich endlich hier raus Was zur Hölle ist da draußen los? Ich hab ein Flugzeug gehört Ich hab ein Flugzeug gehört Und Schüsse? Ich auch Und da war, äh Eine Leiche Was? In der Krankenstation Hier stimmt was nicht Los raus hier Oh Oh Ich frage dich mal unauffällig Ah ja, immer eins zur Hölle ist Oh Was hab ich so wirklich schon auf der Gamescom gemacht? Der Kiefling, der die auf die Frette gehauen hat, ne? Der Kiefling, der die auf die Frette gehauen hat, ne? Oder? Ja Oh Gott Er nimmt sich das Leben Huh Alles okay Easy 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 Ich will aber eigentlich da lang Nein Du kommst dir nicht vorbei Ich bin, dann geh ich hier zuerst rein Wo? Wo ist dies? Oh Schlüssel Hat sowas Resident Evil ähnliches halt mit zwei Charakteren Ja, das ist aber voll Wer drückt denn hier Wo? Was machst du? Ich hab nicht Pause gedrückt Ne, ich auch nicht Mensch, Katze Du hast hundertprozentig Pause getrückt Ja, woher soll ich wissen, dass wenn man R1 drückt, dass man Pause macht Echt, war das R1? Oh ja, stimmt Jetzt wissen wir's beide Du ein Schwass Was war das? Was war das? Kind Movid Hallo? Ich versuch mal die Tür vor 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 Wo ist dies? Es geht hin Ja, du sagst es Topale Scheisse Scheisse, Woll Der wurde geringfügig erschossen, würd' ich sagen. Bestimmt von dem Typen, der mit der Knarre ist. Ja, da konnte jemand nicht aimen. Welcher bin ich jetzt? Der steht, okay. Ich bin der, der läuft hier vorne. Da liegt Robert. Noch eine Leiche. Ich kann eine Anker kommen. Scheiße. Barclay. Das war doch immer alles in Ordnung mit ihm. Wer wollte sogar extra wachdienst schieben. Da haben wir wohl noch mal Glück gehabt. Wo? Ähm, geht er wieder hoch. Lauf ich halt allein hier unten rum. Hallo! Computer sagt nein. Wer dreht sich bei mir die ganze Zeit um? Was machst du für'n Unsinn? Jetzt geht er runter. Jetzt muss ich ja alleine rumlaufen. Weißt du, wie gruselig das hier unten ist? Ist es nicht. Und auch ein bisschen. Tür ist zu. Äh, ist, ne. Also, äh, geht das bloß mir so? Oder hast du auch gerade so'n blödes Gefühl? Seh ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Jack. Bin ich der Einzige? Toll. Beste Gesellschaft. Gehen wir hoch an Deck. Ja. Okay. Einverstanden. Klar. Was zum Teufel! Cool. Was denn? Ich sehe nichts. Was war denn? Du hast das Kind nicht gesehen. Ich hab nichts gesehen. Hier ist ein Kind vorbei gelaufen. Okay. Hier. Hier ist es. Du hast ein Messer. Wo hab ich das Messer? Es wird doch nichts. Hinter Tür. Oh, hinter mir. Warum kommt da was hinter dir? Warum kommt da was hinter dir? Hinter mir ist nichts. Hinter mir ist nichts. Stell dir mal vor, ich sehe etwas, was du nicht siehst. Ich sehe etwas, was ich nicht sehe. Aber wieder ein Kind. Das ist kein Kind. Das ist kein Kind. Das liegt so tot und weiß am Boden. Ich wähle mir das ein. Wie ist das? Ich wähle mir meinen Sohn ein. 100 Pro. Okay. Oh, oh. Mich spielt's dort wer an? Charlie! Oh. Was ist denn mit dir los? Was? Warum sitzt du da? Charlie! Bei mir passiert voll was anderes. Bei mir laufen Kinder rum. Bei mir liegst du auf dem Boden und sagst du mir, dass ich laufen soll. Ich verstecke mich. Jetzt verstecke ich mich. Du versteckst dich in dem Schrank. Ich schieße nicht auf den Schrank. Bitte nicht. Jetzt töte ich dich. Ich bin im Schrank drin. Please don't hurt me. Ja, das ist ein... Oh! Oh, da liegt es. Warum tust du nicht erstechen? What the fuck is going on here? Ich hab nicht auf den Schrank geschossen. Na, bei mir stand so der komische Chinese davor. Da stand der Chinese Mensch vor dem Schrank. Ich hätte dich töten können. Und das hast du nicht getan. Aber ich bin auch tot. Ich bin vor Angst gestorben. Nein, bist du nicht. Doch, wirklich. Das ist ja wirklich cool, dass du was anderes siehst als ich. Find ich's echt interessant. Komm schon! Komm schon, sei Dank! Was zur Hölle ist das? Ach du Schalte. Ah! Oh, ihr bildet euch alles ein. Das war eine Waffe für den Weltkrieg. Wunderbar. Nein! 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 Tja. Kennt die nicht einfach. Oh, ne, sie singen wieder. Oh, bitte nicht. Und du musst mir immer sagen, ob du den Typen kennst, der gleich kommt. Du hast mich umgebracht. Da stand ein Chineser vor dem Schrei. Ja. Kennst du den? Bill Murray. Was? Bill Murray. Was? Kann ich. Bill Murray. Wie schon? Um Gesicht her, ja. Mir kommt der irgendwie bekannt vor uns. Ja, Bill Murray. Und dein Handy. Mein Handy ist ein Bunsen. Guck mal, wo ist mein Handy. Es sollen ja noch ganz viele solche Dinger rauskommen, ne? Hast ja auch schon ein bisschen dieses Lost Hope. Ist ja das nächste. Wo ist denn Hexen entgegelt? Wie heißt der? Bill Murray. Bill Murray. Muri. Gar nicht. Habt du Ähnlichkeiten wie du bist? Ja. Ja, ich google mal, wer das ist. Ich finde die Musik ja ein bisschen cringy, aber ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt in meinem Schauspieler. Hallo und Willkommen in meiner Schatzkammer. Hä? Der heißt Pip Torrens. Der Schauspieler. Der hat in The Crown und Preacher mitgespielt. Keine Ahnung, kenn ich nicht. Sagt mir Audi doch irgendwie das Gesicht oder? Denkst du irgendwie kennst du den. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass. Gier und Schönheit. Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier um ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Und wie lange das Spiel geht. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch. Niemand zahlt wohl gern früher als er muss. Oder? Manchmal werden sie die Geschichte gemeinsam erkunden. Manchmal jeder für sich. Was einer tut, mag dem anderen sinnlos erscheinen. Ja. Ich hab dich auf den Schrank geschossen und ich werde erstochen. Er stand immer noch tot als ein Leser von dem Schrank. Ja und? Er hat dir nichts gemacht. Na toll. Er hatte kein... Keine Haut im Gesicht. Ja. Ja. Du als Kind hier auch. Hier ist einer für sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die ihnen etwas zeigen. Schreibt hier jemand bei dem Streamer aus. Ne. Können sie sie finden und studieren. Treffen sie dann auch um die bessere Entscheidungen. Ich achte da jetzt nicht so drauf. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die sie wünschen. Der Abo. Das war's im Moment. Hey what now? Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Ne, ich bin mal gespannt, ob ich aussuche, wenn ich spiele, weil es gibt mehrere... Es gibt ja nicht nur zwei Charaktere. Es gibt ja... Es gibt fünf. Fünf, ne? Es gibt ja auch einen Modus, wo jeder Einheit übernehmen kann. Das ist auch dieser Kinomodus, den hab ich mir angeguckt. Das ist relativ blöd irgendwo, weil... Da gibt's einen Controller einfach weiter die ganze Zeit. Na genau, und die anderen warten halt, bis sie dran sind irgendwie, weißt du? Hm. Ich darf mir offenbar nicht ausruhen, wie ich spiele, okay? Vielleicht doch? Vielleicht nicht? Du bist Brad. Ich bin Brad. Und du bist Alex. Okay. Warum muss ich Brad sein? Weil ich der coole bin. Brad ist ein richtiger Retard. Vielleicht kommt es darauf an, wie du jetzt gerade gehandelt hast, weißt du? Das kann sein. Weil am Anfang suchst du ja wen aus. Vielleicht liegt es da an. Dann hast du mich halt erstochen. Reicht das? Darauf willst du das ganze Spiel drauf rumhaken, oder? Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser? Tauchen? Kannst du mir zeigen, wie's geht? Na klar. Mann, aber sicher. Ja? Ich bin der Tauchmeister, Mann. Aber gleich vorweg. Du hast nicht meine Entscheidungen gesehen, oder? Ne, ne. Ich hab nur gesehen, dass du ne Entscheidung triffst. Ah. Und du triffst deine Entscheidung. Cool. Echt. Cool, danke, Mann. Ist doch klar. Du bist mein Bro. Stimmt, ich bin dein kleiner Bruder. Mh. Mh. Arschloch. Das sind Brüder. Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte ich bin eingeladen. Nein. Nein. Du bist nicht hier, weil du mein Bruder bist. Ich meine, du bist mein Bruder. Aber ich meine, so wie Kumpels, weißt du? Ähm. Ja schon. Wir sind einfach hier zum Abhängen und chillen. Was zum Teufel lavast du da? Lass uns legendär chillen, Mann. Legendär chillen, Mann. Okay, Amigo. Brows before Holes. Sorry, ich hab Stress. Was? Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist. Überraschung. Und Mann. Diese Fernkiste mit Julia. Ist echt hart. Mh. Äh. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Ha. Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah. Dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Beziehung. Aktualisiert. Hm, ich weiß nicht. Ich glaub das war... Warte mal. Ich drück mal. Passiert nix. Wahrscheinlich muss ich da eher eins drücken. Ich mach mal. Klar, zu was? Äh. Es gibt da eine Sache und ich versuch mich zu entscheiden. Okay. Dein Medizinstudium? Nee, aber... Nein. Eine... von... diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hm. 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 Hör auf dein Herz. Blabla. Blabla. Hör auf deinen Bauch. Wer sagt's? Dir schon. Hey! Julia. Ja. Und vorsichtig. Konrad. Julias Bruder. Entspannt. Tollkü- Julia. Äh. Gut. Eins. Mehr nicht. Wie hab' ich Brad. Ich hab' ich jetzt getauke. Hahaha. 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 Guter Mann, Bradicle. Morg's Mast hast du da. Tut mir leid. Mein Bruder hat's noch nie gemacht, der braucht eine Elf in der Hand. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kampf? Da kommt der Kapitän. Der Duke of Milan. Mutig. Ungeduldig. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber... Äh... So, alle an Bord und bereit abzulegen? Ähm. Wenn es dir recht ist, Kapitän. Was ist dieser Abgefuckte? Hahaha. Hihihi. 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 Naja... Ja... Willst du dich mal hinlegen? Ja... Ja... Ist ne gute Idee. Vergleite mich! Ja... Oh Mann! Du bist Conrad... ich glaube da ist etwas ich glaube es gibt sehen und staunen das ist ein reingang eigentlich sollte ich das ja der hafenbehörde melden als unregistriertes frack tja eigentlich wollt ihr euch nicht an die vorschriften halten du meinst wir sollen nicht tauchen leute hört mal ich glaube wir sollten auf unseren erfahrenen hübschen schlauen und hübschen kapitän wenn sie sagt wir sollten die dinge bitte du bist nicht zum abschleppen warte was ich meine sie hat recht nicht weil sie hübsch ist ich meine sie ist aber das ist nebensache sie ist der kapitän hör mal wir haben dich bezahlt großzügig wir tauchen du bist der kunde aber wenn was schief geht ich kann es kaum erwarten als erste da unten zu sein stell dir das vor und berührt in ein paar minuten solltet ihr runter können ich nehme die flaschen ihr jungs checkt nochmal alles sieh dir mal die kamera an ob da was brauchbares drauf ist klar ma'am hey sieh doch mal nach deinem bruder genau sieh mal nach deinem bruder ich habe die ausrüstung gleich startklar brauchst du hilfe hab noch nie mit kreislaufgerät getaucht sieht alles okay aus aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den dingern auskennen mal ehrlich ich bin grad nicht so happy mit El Capitan El Capitan naja bleiben wir erstmal cool ich steh einfach daneben cool warum hat keinen sinn sie zu verärgern wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen dann ja siehst du mich ja ich seh dich ich steh direkt eiskalt daneben so ich flirt mal mit dem Capitan mein Capitan die Regeln hier draußen gibts nicht ohne Grund ihr solltet das respektieren zumindest du hast mich respektiert nein nein hat sie nicht ja entschuldige meine schwester wird gerne mal ähm gehst du mal aus der Katze raus Pit so kann man es auch sagen wie so creep steht er dahinter die selten gesetze und bräuche denen gebührt respekt all diese regeln sind doch ganz einfach wie viel erfahrung hast du denn mit solchen tauchgängen ähm das Bierchen war zu viel einfühlsam an euch alle das hier könnte auch ein Kriegsgrad sein Störung wäre illegal und unmoralisch wütend bist du sogar noch schärfer als so schon und ich stehe auf scharfe Sachen du hast praktisch noch niemals in deinem Leben mit einer Frau geredet oder? nö merkt man kann ich da rein platzen? ich wurde voll gedisst von jemandem so jetzt geh ich mal zu seinem Bruder ihr solltet das respektieren von Red ist hier wohl der einzige der sich an irgendwelche Regeln hält der will doch nur bei dir landen das Bier hätte ich besser gelassen höflich alles cool Brady wir sind dann oben hasta la vista ja ich komm nach dem Uff Schweikotzen wow das ist voll daneben wieviel erfahrung hast du denn mit solchen tauchgängen dein Bruder macht komische Geräusche he ist am pfetten ne der ist die ganze Zeit hier so halb am kotzen ich war schon in ein paar Wracks bin kein Profi aber naja erfahr wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist Solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Das selber hat sie mir auch erzählt. Kapiert, wie viel. Okay, kapiert. Wie viel. Wie viel was? Drück mal auf den Knopf hier. Du, hier geht's nicht um Geld. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten, aber halt dich da unten an die Regeln. Und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Äh, ich kann die nicht leiden. Die Fliss? Ich glaube, das ist geflischt. So, dann gucken wir mal. Nichts, 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 nichts. Pst, nichts, 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 nichts. Hey. Was ist das denn? Hallo. Ups. Wer klickt denn hier wieder auf irgendwelche Tassen? Äh, 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 äh. Oh, Mann. So blöd. Stop it. Da ist, da ist die Flaschipost? Nee, da ist der Anker. Oh, nix zu sehen. Okay, Schrank. Was versteckst du vor mir? Ich will gerade in die Sache meiner Schwester rum. Was ist das? Was ist das für ein fettes Tablet, äh. Na gut, dann komm ich mal nach oben. Okay, also. Das ist das Eislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay, O2 ist jetzt fertig. Hm. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Das ist das Rechte, oder? Tauchen die jetzt, oder nicht? Ich weiß, das Warten ist unerträglich, aber... bald sind wir allein. Und es wird immer besser. Also gut, Kinder. Ab die Post. Oh. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Ich glaube, Fliss hat mit mir geflirtet. Ab den Bankstick. Wie, du nimmst den Stab mit für Haie? Safety first. Ich will mal gucken, wie das jetzt ist. Auf dem Boot und nicht mehr unter Wasser. Glaubst du? Wir sind beide unter Wasser. Es sind doch immer zwei Personen zusammen. Ja, ne? Theoretisch müsste ich jetzt... die Olle spielen. Die Olle spielen. Die Olle spielen. Okla, alles gut? Mehr oder weniger? Du bist Julia. Ich bin Julia, ok. Oh, hi. Schade, dass Fliss so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Oh, du bist Fliss echt? Ok. Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form, das muss es sein. Mit schwarzem Geld. Frag eine Lady nie nach Geld. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Eine Luke, da kommen wir durch. Ist mir egal. Ah, ich bin... Ah, ich muss mich um die kümmern. Ein Sturm zieht auf. Hey, Vorsicht! Kann gefährlich sein. Ich will nur mal kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft! Ist doch unglaublich! Ein Traum wird wahr! Sehen wir uns doch lieber etwas um. Ja, wer kommt denn da bitte? Ja, wer kommt denn da, bitte? Er hat ein Bild gefunden. So, wer kommt denn da? Er hat doch hier irgendwo an der Seite. Julia, stopp! Da passt du nur ohne Tauchgerät rein. Zu riskant! Ey, hier war doch irgendwo ein Scheißschiff. Wenn du ohne Kaislaufgerät stecken bleibst! Aber der Nebel verdeckt dann ist... Ist vielleicht zu gefährlich. Ja, das wäre ja wirklich zu gefährlich. Ist ganz schön creepy hier unten, möchte ich mal sagen. Och, ist doch alles so easy. Ich hab Munition gefunden. Ein Schusslöcher. Hab ein Geheimnis. Ein Flachgeschoss, ja. Brett flippt noch aus, wenn er das sieht. Hm. Sehr, sehr komisch. Was ist denn sehr, sehr komisch? Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie es benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Mein Gott! Hier ist eine Leiche unten. Er hält was fest? Oh! Das ist schon gut, wenn du so eine Taucherausrüstung hast, dass du unter Wasser quatschen kannst. Das ist schon gut, wenn du so eine Taucherausrüstung hast. Äh, was war das? Oh. Sehen wir nach. Du bist immer noch am Kotzen. Aber gut, dass du das Ding mitgenommen hast. Ja. 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 Aber jetzt komme ich weiter hier. Es gibt ja Totes. Ah, fuck you, Jumpscare! Fuck you, Jumpscare! Fuck you, Jumpscare!